Hallo Leute, was geht ab? Heute spiele ich mal Tropicow, weil ich wollte mal was Neues aus Gründer stellen, ich glaube nur ist Battlefield. Ja, und ich bin nicht allein, Lukas ist dabei und ja, viel Spaß bei mir. Während die Nationalisten und die Globalisierer noch streiten, erkläre ich, ich stehe hinter den Globalisierern. Bei mir am Strand und in der Jolly Roger sind alle willkommen. Alter, Geschlecht, Herkunft und Religion spielen genauso wenig eine Rolle, wie das Surfgeschäft. Nur eins muss man sein, cool und gut aussehend. Idealerweise beides. So? Ja, so, so ist gut. So? Ja, so ist gut. So? 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 Oh, weißt du ja was ich gleich tun werde? Nicht wahr, Lukas? Ja. Ich werde mal einen Big Mac kaufen. Ist es nur mir heiß, oder liegt das am neuen geothermischen Kern? kraftwerk der insel wieder noch liebe zuhörer das sind die vorboten meines traummanns der jeden moment durch die tür spazieren wird traummann wenn du zuhörst bewegt besser deinen süßen hintern auf der stelle hierher so Brauche ich noch kein Haus Ja Ja Dann brauche ich noch eine Polizeistation Was brauche ich noch eine schule eine schule und universität Ich glaube ich habe schon wieder von der Führung Wollte ich nicht aufnehmen Mach ich doch In dieser bösen Welt sind Mö Weil du ihn ja nicht mal an oder wirst Versuch es, Versuch es Angesichts der Nachricht, dass unsere Bevölkerung nun 100 Insulaner erreicht hat Macht es mich traurig, dass es mindestens zwei Leute in Tropico gibt, die noch nie einen Fuß in die Jolly Roger gesetzt haben Ihr zwei brächt mir das Herz Habt ihr mich denn gar nicht lieb? Oh, ich muss es mir kaufen Am afterlife Am nächste Mal zurück Los oben oben down oben Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Raus mit der alten. El-Presidentes Gesetzesexperten haben unsere Verfassung so frisiert, dass sie jetzt 53% besser ist als die letzte. Sie wurde sogar in einer schickraben Briefenschrift gedruckt. Lukas, was soll ich noch bauen? Okay. ich hatte doch ein Mikrofon nur was euch noch ich weiß nicht was du noch bauen kannst so und noch ein Flugzeugträger ein Flugzeugträger ein Flugzeugträger ein Flugzeugträger ein Flugzeugträger Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das war's mit der ersten Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.